Mein Name ist Clara-Sophie Burger, ich bin 20 Jahre alt und mache meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Firma Alberlin Boleit in Griefeld-Oerling. Das Spannende an der Ausbildung ist, dass man den gesamten Produktionsprozess von der Produktentwicklung bis hin zur Auslieferung der Ware mitverfolgen und vor allen Dingen selbst mitarbeiten kann. Die Ausbildung hat sich so verändert, dass man einige Kollegen seltener oder gar nicht sieht aufgrund von Homeoffice und man dadurch viel mehr auf Telekommunikation und die Nutzung von Microsoft Teams angewiesen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020